Überraschungsparty Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin bereit geboren. Vorsicht, mit Lane ist immer noch Mist, ne? Party! Putz! Warum fliegt der in die falsche Richtung? Warum machst du das? Den kannst du nur durch, den kannst du nur in die Richtung schieben! Ach, so sag das doch! Ich dachte, das wüsstest du! Nö. Alter! Wenn ich mir deine Videos angucken würde, mach doch kein Schwein. Mein Flash ist raus, meine Ulti ist raus und alles für so einen Idioten! Drück eher! Drück eher! Liebe Freunde, willkommen zu der neuen Runde League of Legends! Nee! Nee, League of Losers ist es natürlich. Wir machen heute richtig Party mit dem Überraschungsparty am Mumu. Du kennst den ja schon, ne? Der, 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 der Bots war. Du kennst den ja schon. Ja, ich kenn den ja schon. Ich hab den auch schon mal gespielt. Ich weiß, der ist fantastisch, oder? Ja. Der ist richtig, sowas für eine Party. Sieht ein bisschen misslungen aus, aber... Ja, aber der mag ja auch keiner. Und sonst dabei ist... Bosssepp, aber Bosssepp ist eigentlich... YOLO Master! Oh mein Gott! Oh, der hat... Ich hab nen Tod aufm Kopf. Was ist das hier für ne... Oh, hier ist ein Talion! Oh, Talon, Talon! Nein, nein, nein! Warte, wir müssen... Wir müssen direkt gucken! Damit die deinen Blue nicht hier entwäden! Blöd, Mann! Warum sind wir alle so klein heute? Alter, wir sind echt Zwergenarmee! Können uns nicht sehen! Das ist total behindert! Das ist... Aufstand der Kleinwüchsigen, oder was? Wir sind der Zentralrat der Lilliputaner! Äh, Party! So! Lasst uns für immer von... Es ist eigentlich voll krank, was der sagt! Macht ihr irgendwas Spezielles? Ja, komm! Ein Timo Ballon! Guck mal, der ist für dich! Hier, guck mal! Weiß! Das ist, oder? Der ist nur für dich! Und jetzt gehen wir in die Mitte, du Spacko! Oder willst du hier schießen? Nein! Kleiner Timo! Ich muss vorsichtig sein vor dem Talion! Wo? Timo Main? Ach, Timo Main, natürlich! Bald Level 5! Dankeschön! Das war sehr freundlich! Anne! Boah, das ist ja richtig Party mit dem hier im Jungle! Wow! Wie Basti immer sagt, erster Last Hit sitzt, kann schon nicht mehr viel schief gehen! Oh ja! Ich bin hier ein bisschen... Hier läuft! Boah! Bisschen Poken! Ich mach ungefähr Minusschaden! Wow! Das war Damage, der sich gewaschen hat! Klasse! Fünfmal... Fünfmal schwarzer Peter! Fünfmal schwarzer Peter! Aber die Geräusche sind ja lustig, wa? Aber die Geräusche sind ja lustig, wa? So! Äh... Äh... Gang in der Mitte vielleicht? Aber lass... Erst noch mal was... Erst noch mal was... Ne... Ne... Lass... Lass dir Zeit! Das mach ich! Tut mir leid! Guck mal, der geht aber ordentlich steil bei dir, ne? Der geht bei mir steil! Der Typ! Der andere! Der Talon! Oh, ich geh von der Seite! Scht! Oh, bitte! Okay, bist du bereit? All in! All in! All in! Ja, ja! Wahnsinn! Hast du das gesehen? Ja! Also wenn das nicht klasse war... Da hinten läuft auch noch Kogma rum! Kogma? Ja! Ist das Kogma Jungle oder was? Ja, es ist Kogma Jungle! Ja! Alles klar! Der... Der snipet dich bestimmt! Später! Weil der so ein Sniper ist! Was mit dem Devora später? Das... Das freut einen richtig! Das freut mich jetzt schon zu hören! Mit Lend Flash raus! Ich hab Ignited raus! Okay! Rausgespielt! Genau rausgespielt! Mega genau rausgespielt! De 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 de! Was spiel ich als erstes? Ich mach mal direkt B rum! Zweite! Wenn ich dieses... Ach, ich mach immer so ne Wolke! Das heißt, ich hab keine Freunde oder was? Toll! Ja! Was los Lil Man? Ja! Ja! Soll sein! Was so... Was war das denn Alter? Was hast du jetzt gemacht? Ich hab... Reingekackt mal wieder! In der Luft, wenn meine Tröte da fliegt, ne? Ja! Währenddessen hat der Thamen irgendwie den Twisted Fate gefressen und meine Tröte hing am Thamen Arsch feste! Und dann war... Ende! War komisch! War schon... War... War ein bisschen weird! Yo! Schön gemacht! Nice! Hast du dir aber Mühe gegeben! Beide Flash gone! Beide Flash gone! Ihr Kacklappen! Hast du dir aber Mühe gegeben! Na hab ich! Komm schon, renn am Momo! Du bist doch voll schnell! Ich hab so ein Ding am Bein hängen! Ich weiß nicht was es so... Mittleren SS! Reh! Reh! Okay! Danke für den Call! Das war witzig! Okay! Ich komme Mitte! Aber der hat hier ein Ward! Der hat ein Ward! Ja! Jetzt hör mal auf immer so wirklich schissen zu reden wie so ein Radiomoderator! Nicht so Schmierlapsch! Liebe Freunde! Heute für euch im Angebot! Last Christmas! Weil es ja so wenig momentan gespielt wird! Dankeschön! Ich komme von hinten! Okay! Ich wäre bereit! Geh all in! Ja! Klasse! Gehen! Boah Junge! Ja! Nicht so! Das war deep! Das war richtig, richtig deep! Alter! Aber egal! Halbes Leben! Halbes Leben rausgespielt! Halbmann! Komm nach oben! Weg check ich noch nicht so wirklich! Wie weh! Wenn der dash dann... Wir müssen da reinlaufen, ne? Der lauf hinten rum, ne? Jaja! Ich bin unterwegs! Oh oh oh! Jetzt! Komm her! Nice flash you did there mate! Dankeschön! Ich wollte ja von mir schneller bei dir sein! Nicht meine assist bekommen! Ich wollte eigentlich nur bei dir sein! Ich hab ja... Noch easy getradet, die kleine Bitch! Ups! Sehr 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 gut getradet mit dem Tower! Ups! Oho das war knapp! Das war wirklich sehr knapp! Ich glaube der hätte sogar noch gezählt für den, ne? Was machst du hier eigentlich? Willst mir auf den Sack gehen? Mach dir den Tower kaputt! Thank you! Thank you Belle! Und jetzt block ich dem seinen Farben! Ist das nicht OP? Yes! Yes! Fuck! Klatsch jetzt erstmal irgendwen durch die Gegend! Ok mach das! Ich hab geflasht! Mein Flash ist raus übrigens! Komm schon! Den hab ich rausgespielt, deinen Flash! Den hab ich rausgespielt! Den hab ich rausgespielt! Wenn du Angst hattest, dass du mir gedachtest, ich kann den nicht killen! Richtig! Dein Toplaner chillt, äh, unten! Echt? Ja! Der waggert unten! Sweet ist ja auch ein AP-Shen! Leguert! Loil! Du wirst Feeguert sagen! Feeguert! Anschlaguert! Okay! Für ne T-Force kommt doch trotzdem geil, oder? Ja! Ist immer geil! Momentan sowieso! Besonders bei dir! Immer geil! Momentan sowieso! Besonders bei mir! Okay, danke! Bitteschön! Gar kein Problem! Nice to have! Aber! Du musst dir sagen, du musst auch nachdenken! Wohin fühlst dich? Okay! Ne, das sagt Basti! Aha! Gebt nach unten! Gebt nach unten! Never too late! Never too late! Ach, die sind so big! Wenn das schon ein kleines Weichei, ne? Mittler NSS! Okay! Unten haben wir! Nice! Was ist hier? Kriegt bestimmt Blut! Alter! Oh, ich bin tot! Hammer ab! Bisschen Buggy ist der Hammer schon, ne? Der ist irgendwie komisch, ne? Ich hab den in die falsche... Also ich hab den eigentlich... Ich stand vor dem und der ist in die andere Richtung geflogen! Was ist mit Soraka kaputt, Alter? Was ist mit Soraka kaputt, Alter? Soraka oder mit Soraka? Soraka! Soraka! So, hier wird jetzt gewordet, wie der Profi das tut! Jetzt gibt's Speeder Party! Tom Knecht ist hier bei mir! Der ist ein Süßen, ist das! Hast du was dagegen? Alter! Wenn der da reinflasht, passiert nix! Was? Nein! Nur weil Dash ist! Das hat überhaupt gar keinen Sinn! Wenn ich jetzt sagen würde, du ergibt gar keinen Sinn, was dann... Also auch wenn der da reinläuft, bringt's, ist scheißegal! Ja! Nur beim Dashen geht's darum! Stark! Diese Idee! Gegen Renekton ist das geil, aber... Man könnte auch sagen, useless! Ja, du hast ja ne Ulti, die lustig ist, das reicht! Muss dir mal reichen! Du hast ja mal Anforderungen, das geht gar nicht! Ja, Entschuldigung, Entschuldigung! Ist kein Problem! Ist jetzt zu Ende beruhigt, aber... Der hat übrigens keine Summoners auf der Top-Lane, ne? Das freut mich! Da kann man einfach mal klatschen! Ich warte jetzt gerade hier erstmal auf 10 Gold! Reportet! Schau dir jetzt auf die... Timo Luftballon! Reportet! So! Jetzt geh ich wieder los! In meinem Brass! Ich hab mein Jungle-Item jetzt fertig! Beruhigt hab ich mich nicht! Komm mal in die Mitte, an dieser Save-Down! Wie fährt der noch? Wollt es leben, aber ich kann den in einer Shatter... Äh... In einer Shatter? Du bist gerade fast selber gestorben! Ja! No ult! Du hast nen Satelliten aufgestellt, ich komm jetzt! Ich komm jetzt von der Seite! Ja! Komm mal von der Seite! Ready? Okay, go 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 go! Ja! Go go go! Okay, der ist weg! Ich muss B! Ist so unsafe! Jetzt würde ich gerne nach oben gehen! Aber ist jetzt auch zu Ende! Oh Scheiße! Close Call! Close Call! Close Call! Ich nicht, wenn sie beide down! Hast du den schönen Schaden auf den Cock mal gesehen? Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! hab's funktioniert! Warum hängst du eigentlich die ganze Zeit auf meiner Tour delle rum? Aber nie wenn ich Hilfe brauche sie dann einfach immer nur nur wenn die muss ax! Wenn der... Na ja, wie richtig, ich wollte gerade sagen. Ein Mann braucht Farben. Das ist ja eine Überraschungsparty am Moment, Überraschung. Ich überrasche dich immer wieder, oder? Cancer. Okay, dann nehme ich mir jetzt einen Blue-Buff. Nein, den brauche ich. Den brauche ich. Du bist ein Monster. Guck mal, der Team-Main in dem Mitte. Ne, ich fahre jetzt mal diesen scheiß Shen weg, der geht mir jetzt auf den Sack. Okay. Okay. Ich komme gleich zur Party, wenn ich den Blue-Buff habe. Tu etwas. So, Blue-Buff incoming. Oh, was ist denn in der Mitte? Oh, da kann ich ja in die Mitte erstmal kommen. Flash, Ulti. Oh, 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 guck mal. Wo ist deine W? W habe ich schon raus. Ich bin einmal zu Chasen am Anfang. Schade drum. Der ist dann nicht. Wo ist denn der gute alte Shen? Den habe ich nach Hause geschickt. Alles klar. Der hat ganz knapp überlebt. Ich brauche den für den Heal. Ach so, natürlich. Sollen wir den Shen bumsen? Ich habe Party. Überraschungsparty. Bist du bereit? Ich bin bereit. Bereit geboren. Vorsicht, mit Lenin ist immer noch Mist, ne? Party! Putz! Warum fliegt der in die falsche Richtung? Warum machst du das? Den kannst du nur in die Richtung schieben. Ach so, sag das doch. Ich dachte, das wüsstest du. Nö. Alter. Wenn ich mir deine Videos angucken würde. Mach doch keinen Schwein. Mein Flash ist raus, meine Ulti ist raus. Alles für so einen Idioten. Ja, und? Meine Fresse. Ich wusste doch nicht, dass der immer in die gleiche Richtung schiegt. Ja, leck mich. Das ist ja langweilig. Man kann ja gar nicht in eine lustige Richtung schießen. Nein, leider nicht. Das wäre doch viel zu op. Ja, und? Ich dachte, so funktioniert das. Ja, den scheiß Champion. Mei, oh mei. Ich gehe ins AFK. Zieh dich mal auf den. Zieh dich mal auf den. Was ist der denn? Geh, der hat da. Ja, ich hab's gesehen. Och, der Ficker. Ich will dir nichts sagen. Aber selber schuld. Ey, der Hammer landet auch random, ne? Ja, außer wenn du jemanden tötest. Damit. Dann landet der nicht random. Mann, Mann, Mann. Du musst mir meine unglaublich tollen Videos gucken. Nein, danke. Ich hab schon Cancer. Geht zum Red, Tepernal. Hey. Wer geht zum Red? Okay. I'm not here. Ja, der hat low AP. Können Drake nehmen, ne? Ich bin down. Ich hab aber selber keinen Smite. Gefällt irgendein Tower ein? Gottline sollte ja mal irgendwie. Ne. Obwohl. Den Turret ist schon gone. Ja. Alter. Scheiße. Spielbot zu Wacka. Irgendwie 50 Gold. 10 Sekunden tot sein. Reich mir dann. Och, obwohl. Toplane ist Mist. Mist. Obwohl, die 15 Gold warte ich jetzt noch. Dann ist die Ulti ultra useless im 1 gegen 1. Was sollen die scheißen denn? Im 1 gegen 1 ist die ultra useless. Aber, wenn du wirklich im Team... Wie, warum spielt man die denn dann auf der Toplane? Du kannst die im Jungle spielen. Wer sagt denn, dass man die auf der Toplane spielt? Ja toll, bringt ja auch nichts, wenn du einfach in die falsche Seite... Mega später, ohne Scheiße. Gerade hat die uns komplett das Lategame versaut, weil die immer 2-3 Leute weghauen hat. Believe. Believe in him. It's true. It's true. It's true, Major. Bei mir ist Mist Richtung Top. Party, 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 party. Hirsch. Oh Mann, dieser Skin sieht einfach nur mega behämmert aus. Mach Shen Equipment an, Alter. Ohohoh, Toplane-Gang, äh Midlane-Gang. Shen kommt. Ja, ja. Ja, ja. Yes, ciao. Oh ne. Die Pozzoraka hat geregelt. Holy shit. Ey, wieso shuttern auf Shen? Ich hab ihn gerade doch erst geklingelt. Okay. Das weiß. Okay. Vorsicht, mitlehn ist es auch noch. Ach ne, wirklich? Die ist halt ungefähr... Kommt, kommt, kommt. Schön, 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 Junge. Hast du mal gut gemacht im Leben. Eins im Leben kannst du. Und dat ist zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Dat ist wichtig im Leben. Oh, da kommt's. Schwistet? Ja, ja, ja. Hast du aber gesehen. Hast du gut gesehen. Hast du sehr gut gesehen. Kratz. Amumu, was ist mit dir? MF, was ist mit dir? Okay, Twisted jetzt in der Mitte. Ups. Scheiße. Das ist... OMG. Zwei... Two Foods. Alles klar. Das erklärt so einiges. Warum ich kein Geld für irgendwas habe. Liebe Freunde. New Build. New Meta. LCS USU. Scheiße, Junge. Oh, Mann. Wow. Okay, ich versuch zu... Tam Knecht. Tam Knecht. Oh, komm, 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 komm. Noi, noi, noi. Nein. Ja, ich bin doch. LCS Pilz. LCS. Hier kommt meine Mitte dessen. Ich komm zur Seite. Komm, go on. Alter der hat grad voll Miss Fortune das Leben gerettet, ooooh Chen ist auch Miss, der ist doch noch Miss, der ist doch noch Miss, der ist auch noch Miss Oh Vorsicht! Oh nein Vorsicht! Ich blind den vorm Fressen, oh da kommt Twisted Das bringt's voll, ich blind den vorm Fressen Oh Ulte! Ja nice Ben ist Miss Ben ist Miss Kommt bestimmt eigentlich jetzt... Match 4-0 Amumu, das ist Party Bruder Oh, da kommt Chen Schade drum, 5-1 Das ist Party Bruder Du kannst keinen Stress in der Hood machen Amumu kommt und macht dich zum Lappen Du kannst keinen Stress in der Hood machen Amumu kommt und macht dich zum Lappen Deine Rap-Karriere wieder aufleben lassen Meine Rap-Karriere als King of Klausen geht weiter Bergsteil auf Steil bergauf Yeah! Ja ich glaub weiter nach unten kann die Hunde, ne? Das ist ja das Gute da dran Das schaffen wir ein bisschen Zeit So, jetzt wird hier irgendwer in die Fresse gauern Okay, alles klar Mad Damon MMMMU war übrigens auch äh Pressesprecher für Mad Damon Mad Damon, Mad Damon Okay They hate me Ink Everybody hates you Hey Junge hör auf so schwul in dein Mikro zu reden Ich schwör, ich rede nicht schwul ins Mikro Das macht es von alleine Okay, okay Alles gut? Gut, dass ich sage, komm own Twisted Fate MMM, los geht's Und er läuft in der Mitte Kreise Und sagt, hör mal auf in dein Mikro zu atmen Geil Oh, oh, Shen ist auch hier Du musst deutlicher reden, du Schwuchtel Halt's Maul Ich klatsch dich weg Achso, das war gar ein Halbmann gerichtet Ja, das finde ich richtig Oh, 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 oh Ist die Party knapp an ihm vorbeigezogen Der, der Blitz Ja komm, wir lassen die jetzt Ich hab Ich hab Bock Du hast Laser, ne? Warum farm jetzt hier eigentlich? Oh, 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 oh Die doch ult So, hoffentlich werdet ihr jetzt richtig genommen von hinten Ne, ne, werden wir nicht Und da kommt ein Dings von der Seite Best Call, see you best Nice Ach, scheiß drauf Mal ist nur einmal im Jahr Ein Serial Damage Dealer Komm zur Rettung Ich ulte irgendwen weg Okay Das reicht nicht vom Schaden her Die macht kaum Schaden, ne? Guck mal, der zieht die Kartentricks Boah, der Dodges Hast du das in der LCS gelernt? Ne Hauptsache, sie schreibt Erzora, als ob man das rechtzeitig Oh! Fuck Der Shit Dead Schaden Dead Schaden, Shen Loll Loll Dead Puppy Puppy Skills Puppy Skills R Soraka R Schön gemacht Dumm, die hat das gehört Die, die Hacking Jetzt gehört, ja? Die hat's gehört Soll ich nochmal hart gehen? Boah, sie hat erstmal LOL geschrieben Im Chat hat sie erstmal LOL geschrieben und dann R gedrückt Gut gemacht Heck Boah, jetzt verpiss dich aus meiner Mitte Pick dich mal, du Homo Fürst, ey Laning Card ist vorbei, du Spaß Was für Top-Lane nicht handeln kann Was für Top-Lane nicht handeln? Ja, kannst du ja nicht Ihr Lapsch, ey Piss dich jetzt da Da geh ich jetzt halt top Geh doch mal, du Cancer-Ball Mach das ruhig, wenn der Drake ab ist und wir da fighten Und der Super-Buddy sich da im kurzweg Super-Budden lässt Warum? Ich mach dir mehr Schaden als die mir, weil ich ein fester Ficker bin Okay Boah, AP-Carry kommt jetzt gleich AP-C geht Könnte jetzt da rein und könnte mich jetzt ulten Kein Ulti zum Folgen Also laufen macht auch viel Sinn, dass wir jetzt halt Ja Ben ist drin Ist doch What she said Nice War okay War wirf War wirf Bin ich zufrieden mit Dad's how the MFs ist riesig, du richtiger MF, ey Unerlässliche Gegenstände, situationsabhängige Gegenstände NECKT! Oh, da wollte ich sie gerade noch stealen NEEH Hehehehe Hehehehe Ach, schade Shit Shit Kann man den nur noch kaufen Fies Lass dich Lass dich Lass dich Lass dich Lass dich Das ist sehr cool, dankeschön Halt deinen Schnauzen Ich muss ja up to date halten, die Leute Das ist mein Bildungsauftrag Halt Guck mal, ich bin jungler Hier ich bin Reported, reported Das ist keine Überraschung mehr wert Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Nice Exhaust, Bro Jetzt Stunt, Bitch Ganz normale Lötungen An der Seite geht Tower down An der Seite geht er down Er geht down Oh, guck mal, cock mal da oben Der will weggekockt werden Oh, oh, oh Schau, ob ich den Twisted F schaffe Boah Boboset, was machst du da? Guck den Cock mal weg Ach, easy Quasi One-Shot Dead Damage Damit hat er nicht gerechnet Der Unglaubliche Oh, 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 da oben Ich komme Da kommt Shen auch Kommt zu dir Alter Schöner Heal Schöner Schaden Guck mal Schaden Ist ja nicht mehr normal Hast du es gesehen? Ja, Mann Das ist einfach Maschinengang Der hat das Spiel mit dir, Bro Ne? Ja Go, go, go Go, go, go Go, go, go Go, go, go Oh, nicht mehr go Go, go Go, go 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 Ficken Ganz großes Ficken war das Okay, wer ist denn stark von denen? Alle Ich brauche eigentlich nur Rüstung zu kaufen, oder? Warf the magic Oh, Timo Main War fantastisch, was du da gemacht hast War nicht klasse Maxi Markov retreated Das ist aber nett von Maxi Maxi Heißt das eigentlich Maximilian, oder Maxi? Das ist deine Meinung dazu, trotzbar D-d-d-d-d-d-d Heißt was? D-d-d-d-d-d-d-d-d Holt es ready? Cockslap! Kann nicht wahr sein Warum chargst der genau in dem Moment raus? Aha, Miss Fortune weggekockt Habe ich geschniepied Hauptsache der Birchkopf kriegt den Fluch So well played Schöner Schaden Hauptsache der Fokus die ganze Zeit haben, kenn ich Oh scheiße, Alter Hier Ladsch Vielleicht hab ich ihn trotzdem noch Nein, glaub nicht In welcher Welt lebst du denn? Kein Dodges Hier ist euer Party am Momo Habt ihr Lust auf Party? This music makes me party This music Was? Der war drin Nein, der hat geflasht Du kleine Birchkopf Der war drin, hab ich gesagt Ich hoffe den Äh, yes man, what are you doing? Oh, ich wurde vom Mittler Ah, 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 ihr bleibt hier, ihr Pimmelwerker Dead Wombo-Combo Aufficken Smack, Bitch Get cockslapped, Bitch Boah, ich Junge Junge, Junge Boah, wie wenig Leben hier alle noch haben Der Bosszap, der fightet da vorne wie ein kleiner Boss Ne, wir machen hier Inhibs kaputt Der zappt Der zappt Ah, kriegst du dich Ey, jetzt werd ich hier auch noch KS'ed, ey Unglaublich, ne? Ja, klar Das ist ja so viel Mühe gegeben Guck, easy Und der Attack Speed Alter, was war das denn? Alter, was war das denn? Super legit Top war halt los Und, ciao Junge, was war das denn für eine kranke Scheiße Er hat mich ja aus dem Leben gebumst Jawohl, die deffen das noch Jetzt kommt der Lone Warrior Lone Warrior Ja, das hat ja der Double Buff. Das ist ja bewusst. Hoffentlich fickt er dich richtig straight in deinen Anus. Oh, da hinten kommen sie schon. Unaproh kommt der Shem wieder hier von der Seite. Weggeplatt. Ah ne doch nicht. Stimmt, du musst leise sein, du bist ein Geheimagent. Was zum Teufel machst du da? Das war so klar, Alter. Was zum Teufel sollte das werden? Was hast du erwartet vom Leben? Er macht das schon. Er macht das schon. Move. Ever. Oh, ich glaub sie kommen. So, jetzt gibt's erstmal gleich einen richtigen Cock-Slap ins Gesicht. Ich muss dann auch irgendwann mal meine Ulti treffen. Ich hab meine Ulti auch ab. Komm mal hier, komm mal hier. Ulti ist ab. Ulti ist ab. Hey Junge! Hoffentlich sterbt ihr jetzt auch nochmal alle. Das würde dich extrem freuen, oder? Ja. Oh, guck mal, der Cock mal. Das ist noch nicht der scheiß Profi. Ich hau euch alle aus dem Leben! Bumm! Komm, komm, Drake, 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 Drake! Drake, 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 Drake! Oh, der Cock ist gemacht! Der Cock ist gemacht! Drake, 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 Drake! Das war die beste... Best Poppy ult. So work. Guck mal, guck mal. Drake secured. Und Luwav secured. Das war echt gut, Junge. Das war echt nice. Oh, oh. Oh! Ja! Kill secured. Kill secured. Easy. Dad, try hard. Warum? Warum? Soraka ult. Because she can. All in. All in gesagt. Der Call ist gemacht! Alle wieder auf der Arm, Kench! Oh nein, nein, nein! Die scheiß Laserkacke, Junge! Mach doch das... Den Nexus kaputt! Do something with your life! Anybody got time for that? Anybody got time for that? Anybody got time for that? Anybody got... Anybody got... Anybody got time for that? Ah, der Timo ist ja wieder da. Erstmal nen Tower kaputt machen, genau. Das ist voll worth. Ich will noch wie nen Cock slappen. 12 Sekunden hast du noch. So, Raka ist all in. Was passiert hier? Liebe Freunde! Das war das unglaublich beste Gameplay mit Party Amumu! Hier ist Party Stimmung! Dankeschön an meine Party Gäste! Easy Win, Easy Group, Easy Lose, Easy Team! Easy Lose, Easy Team! Best Poppy Old! Easy Carry, Easy Aim, Easy Life, Easy Lose! Easy Best! Easy Poppy Old am Anfang! Secured, Junge! Secured! Drake Secured! Die Junge, die erste Poppy Old war, meinte ich. Nee, das war die zweite. Auf der Land hab ich die schonmal probiert. Junge, das war total behindert. Abonnieren, danke, tschüss! Abonnieren nicht! Liebe dich!